Hallo, hier ist Manja und es gibt auf Hypixel ungefähr 20 Millionen neue Spielmodi, deswegen spielen... Ich glaub, die sind nicht mehr neu. Die sind nicht neu? Ich bin rot! Das heißt Mini-Walls. Wir haben einen kleinen roten Wither. Ich glaub, den wollen wir verteidigen. Die Wände fallen jetzt. Okay, ich nehm... Ah, ich bin gefallen! Oh nein, die greifen unsere... Die greifen unsere Dinge nicht lang. Ah, okay, es ist einfach nur so ein... Oh Gott, ich bin überfordert. Okay, es ist PvP. Hier kommen die Leute, die wollen unsere Wither töten. Tops, es tut mir leid, wir können nicht in einem Team sein. Oh nein, mein roter Freund wurde getötet! Ah, nein, ich bin auch tot. Ich wurde von Balle getötet. Oh nein, der Wither! Nein, lass unseren Wither in Ruhe! Irgendjemand hat unseren Wither eingebaut. Sehr gut, der Wither hat ihn selber getötet. Gute Arbeit. Ich glaube, das ist einfach komplett verwirrend. Yo! Okay, warte, hier ist Grün, hier ist Grün. Okay, warte, Tops, du bist... Warst du noch mal? Ich glaub gelb. Du bist die gelbe Gefahr. Ja. Okay. Warte, hier ist ein unterirdischer Gang. Der geht's aber nicht weiter. Ah, jetzt kämpft hier oben wer. Okay, die rechnen nicht, damit ich aus dem Untergrund komme. Okay, ich hab einen getötet. Oh nein! Was, unser Wither ist gestorben? Nein! Der gelber Wither ist tot? Ja, mein Gott, okay. Okay, ich hab grad zwei Leute abgemenselt. Wir sind roter, warte. Achso, wir sind rot. Oh nein, unser Wither ist nur noch auf 35%. Aber das ist ein kleiner Wither, das heißt, der wird wahrscheinlich noch größer werden, oder? Der blaue Mini-Wither ist... Ah! Der regeneriert! Ah, was denn... Ich bin schon wieder tot. Oh mein Gott, ich bin heillos überfordert. Unser Wither ist dead. Der ist sowas von tot. Der schafft's nicht. Oh nein, er hat's geschafft. Wie hat er das geschafft? Warte, hier ist ein Unsichtbarer mit einem Schwert. Nein! Was ist denn mit einem Wither? Hier! Hier kommt einer hinter. Hier ist irgendeiner... Nein! Hier kommt einfach rein, also du bist abgelenkt von dem einen Typen, da kommt einer von hinten. Ich bin einfach aus dem, aus dem Nichts. Ja. Ich bin jetzt Zuschauer. Es ist ähnlich wie Bedros. Wenn dein Wither tot ist, dann kannst du nicht weiterspielen. Eigentlich ist es besser als Bedros vom Gefühl her, so vom... Du hast einen Prozentbalken, aber eigentlich, dadurch, dass du nicht diesen Jump'n'Run-Ding hast, hab ich das Gefühl, es ist einfach ein pures Geschnetzel, oder? Ja, irgendwie schon. Alles klar, nee, es ist Arcade-Game. Okay, mähe so viel Gras wie möglich. Ich bin auf einer Kuh! Ich reihe auf einer Kuh! Ach so, okay. Warte. Lol, es geht los in 3, 2, 1. Ah, oh lol, ich bin Rasenmäher. Das ist so witzig. Nein! Nee, 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 nee. Nein! Ey. Alter! Ich bin Rasenmäher. Ich weiß nicht warum, aber ich find's voll lustig. Ich mähe Gras. Wie viel Gas hast du schon gemäht? Die ganzen Leute... Guck doch recht, ich bin... Ah nein, ich baue noch tropて. Sind wir in einem Team? Können wir gemeinsam mähen? Nee, 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 nee. Ich wollte das strategisch hier abmähen, aber dann haben die Leute einfach mein Gras geklaut. und haben das einfach von mir weggemäht. Kopf an Kopf, Ren, ist das gerade richtig heftig, Alter. Nein, ich bin voll zurück. Weißt du, warum? Weil die Leute alle meinen Gras weggemäht haben. Dieser blöde TomTom. TomTom, verzieh dich. Das ist mein Gras. Nein. Wieso? Ich will alles, was ich will. Ist das Spiel zu Ende, wenn alles abgemäht wurde? Ich glaube, ja. Ich glaube schon, irgendwie. Die Zeit ist vorbei. Rasenmäher. Tom, ich habe verloren. Du hast null Sterne. Der Boden ist Lava. Nächstes Spiel. Mach dich bereit. Ich bin bereit. Der Boden ist Lava. Der Boden ist aber wirklich Lava. Bezwinge den Parcours. Oh nein. Rönders Kryptonit. Okay, ist nicht schlimm. Und hier rennt man schlau. Schneller. Nein. Okay. Lass mich doch. Hallo. Der Boden ist vorbei. Du hast zehn Sekunden, um das Ziel zu erreichen. Er hat irgendjemand den Parcours schon beendet? Was? Oh, oh. Ähm. Ich habe verloren. Ich habe null Sterne. Das ist TomTom schon wieder. Dieser TomTom. Okay, Schweineangeln. Benutze die Angel, um Schweine in deine Falle zu ziehen. Lord, das war cool. Wo ist denn meine Falle? Ach, da unten ist rechts das Loch. Wo sind die Schweine? Da ist ein Schwein. Wie angelt man? Ich habe irgendwie noch nichts geangelt. Wie ziehe ich die? Äh, einfach reinziehen. Aber wie denn? Ey, bleib hier. Kleines Schweinchen. Bleib hier. Ja. Ich habe einen Punkt. Ich habe es versucht. Nein. Jetzt, yo. Kam her. Kannst du mal bitte aufhören, hier zu entkommen? Das Schwein wird automatisch. Oh mein Gott. Wirklich? Nein. Schweinchen. Schweinchen. Das ist ja eine Samurai. Es sind so viele Schweinchen. Und ich habe noch keins. Wie viele hast du schon? Ich habe einfach rein in die Arena geschossen. Schweinchen. Die wollen immer zu Roche, aber nie zu mir. Schweinchen. Kleines Schweinchen. Komm her. Schweinchen, komm. Nein, jemand hat mit Schweinchen geklaut. Kleines Schweinchen. Komm her. Ja, komm. Ja, komm, kleines Schweinchen. Hier gibt es Snacks für dich. Dieser TomTom ist einfach nur schwitzt. Er schwitzt rein. Dieser TomTom, gell? Ganz ekelhafter Junge. Der hast einfach auch mit Tränen. Die ist die jeden Tag. Ah. Nein. Jetzt fällt eins rein. Hallo. Wirklich? Jetzt habe ich eins gekriegt. Egal. Nimm kein, was? Bad. Vulkan. Nimm kein Bad in der Lava. Vulkan. Ich glaube, das Ding ist es einfach so. Dingchen wieder einfach. Oh nein. Ah, okay. Ich weiß, was das ist. Okay, ich verstehe es. Das hat nur ein Roblox. Kann ich dich auch schubsen? Kann ich Leute schubsen? Oh. Okay. Oh. Ich verstehe es, sich rechtzeitig abzukapseln, damit man überleben kann und keinen Bad in der Lava nimmt. Ist schon irgendjemand runtergefallen? Ne, ne? Ich sehe nichts. Creeper-Ball läuft vor mir. Ah. Nein. Wie so schreit. Nein. Tomtom. Schon wieder dieser Tomtom. Das ist doch ein Witz, Lawine. Okay. Lawine? Ich glaube, das ist dasselbe jetzt, oder? An Welle 10 können wir die Gegner umschubsen. Nein, überlebe den fallenden Schnee. Oh oh. Und wir sind auf Eis. Das heißt, wir slide-a-roni. Ja. Die Welle beginnt mit vier Schutz. Ah! Ich bin tot. Ach so. In Deckung. Du musst unter die Holzdinger dich stellen. Ah. Bitte, bitte. Jetzt verstehe ich das Spiel. Ich bin einfach getötet worden, weil ich es nicht verstanden habe. Bitte schubs die anderen. Guck mal, Tomtom ist schon wieder alleine. Ich beobachte jetzt Tomtom. Wie macht er das? Wie ist er so ein guter Lawinespiel? Ne. Oh nein, keinem. Hallo, Mann. Halt du mich alleine. Huuu! Ah. Ben 5. Alter, Vater. Warum bin ich direkt am Anfang gestorben? Ich bin eher, okay. Egal, was du machst, solange Tomtom nicht gewinnt, bin ich sehr zufrieden mit dir. immer im hinterkopf behalten abwende 10 können wir zum schubsen ach schade hat es gerade noch geschafft es hätte auch anders enden können magst du nicht oder ich habe es nicht verstanden ich magst du tomtom wann es ist wenn es die tweede wenn es sich die welle nächste werde jetzt ist jetzt ganz schön jetzt schubst den weg schubst die weg und ein tor hat dich geschobst habe ich doch aus dem leben noch nein warum alter jetzt bitte das jetzt ja 12 sterne überhaupt behauptet mit einer so viel land wie möglich alles klar wo ist meine hacke ach so mit rechts also ich bin leicht verwirrt und ich bin auch doof in dem spiel hör doch mal auf jetzt hier die klauen einfach nein ich kann nicht gewinnen ich bin ich wusste gar nicht wo man mir was anfängt hä so richtig kacke auch nicht ich hab jetzt noch viel zahl zum hacken aber ich hab auch viel wut noch guck mal guck mal guck mal it's foxy hat richtig also die die rasiert hier einfach alles siehst du das die 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 spielt es die spielt minecraft party spiele es ja klar dass die gewinnt aber jetzt tomtom hier schon wieder also tierschlachtung töte tiere und ihr kannst das mit überhaupt vereinbaren ich glaube nicht nicht okay also wenn ich verliere liegt es natürlich daran dass es sich mit mir vereinbaren konnte aber was ist denn das für ein komischer spielmodus wo du einfach umläufst und schweinchen tötest du musst die richtig töten die richtigen die geben punkte ja was denkst du denn es gibt aber wenn du drüber hältst dann gibt es zum beispiel 50 prozent weniger also wird dir 50 prozent abgezogen von deinem ganzen zeug nein ja das ist gar nicht gut töte sie alle steht hier das schweinchen rennt weg hat angst oh nein minus 50 prozent schon wieder aus versehen ups nein ja ich hab schon wieder ich habe es jetzt zwei mars schon gemacht mit zwei mal werde ich dreimal und mit drei mal werde ich fliege nein nein junge das ist so traurig egal egal ich habe noch ein hähnchen ich habe noch eine kuh ich bin auf 25 punkten jetzt bin ich auf tomtom hat schon wieder gewonnen ja wie soll wir gewinnen gegen tamper keine ahnung es ist unmöglich irgendwas muss man schaffen färbe deinen einen so viel von der leiden wie möglich okay 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 das ist das kriecheln ja sicher was ist meine farbe ich krieg es irgendwie nicht auf die reihe ich glaube ich habe nichts gefärbt bis jetzt ich weiß nicht was meine farbe ist ich glaube ich bin grün ich glaube ich bin grau bin ich grau kann man da färben wo schon gefärbt wurde ja kann man ich bin gelb okay okay ich glaube ich bin dieses hässliche rüda irgendjemand hat einfach alles in mich reinge ich habe gewonnen ja ich habe gewonnen okay damit beenden geht diese wunderbare runde ich hoffe nimm das um einmal bist du nicht der sieger ihre genimmt das heißt nicht wirklich so okay wer irgendjemand von euch benutzt das im richtigen leben so bitte bitte wir haben hier noch irgendwo bildungsauftrag das heißt nicht geliebt falls es euch gefallen hat lasst mir gerne einen daumen hoch da ja und guckt dass ihr auch tomtom die ehre nimmt genau machts gut bis zum nächsten mal tschau Pudding in der Hose